Ja hallo, servus und grüß euch, herzlich willkommen im Inventarsimulator 2019 oder eigentlich getarnt als richtig geiles Horrorspiel Visage. Wir haben das Brecheisen, wir müssen unseren geliebten Hammer liegen lassen, aber mal sehen ob ich das jetzt relativ schnell finde. Ich glaube ja nicht, zumindest ist der Hauptschalter wieder aktiv, das heißt nicht mehr ganz so dunkel wie es davor war und ich glaube da geht es hoch. Das wäre jetzt richtig geil. Die Brechstange brauchen wir dort, wo dieses Fenster mit dem Kompass war und ich glaube das müsste da sein. Ist es auch. Nice. Seht das Feuerzeug, es schwebte vor sich hin. Ich mein, wir hatten den Vorschlaghammer und das sind zwei Millimeter dicke Glasscheiben. Also, hier nochmal der Min. Da. Nein, wir haben vier Folgen lang Brecheisen gesucht, damit wir die zwei, vielleicht ist es Panzerglas, man weiß es nicht so genau. Nimm die Scheiße doch. Achso, lass mich raten. Geht jetzt nicht, weil die Hände voll sind. Ich kann nicht interagieren. Echt jetzt? Ich kann den nicht einstecken. Lefbutton nicht weiter untersuchen. Lefbutton nicht weiter untersuchen. Das ist jetzt, ich habe kein, ich habe jetzt kein Feuerzeug. Ich habe kein, ich, nein, ich gehe jetzt nicht weiter. Wie soll ich denn ohne Licht irgendwas finden? Da ist doch verdammt. Ja und das ist nämlich auch das geilste. LB. nicht weiter untersuchen. Geht nicht. Lass uns das Ding mal fallen. Ich kann es nicht fallen lassen. Das ist Buggy. Okay. Es ist verpackt. So fallen lassen. Brauchen wir die Brechstange nochmal? Weil ohne Licht gehe ich nicht. Es tut mir leid. Wo sind die jetzt? Die haben weggepackt. Es ist zu geil. Gut. Aber kein Hammer, keine Brechstange, wir haben gar nichts mehr. Die Brechstange ist jetzt im Lagerraum verstaut. Möge sie in Frieden ruhen. Ich meine, ich hätte lieber wieder, ich weiß nicht, ob wir die Brechstange nochmal brauchen. Ich weiß es wirklich nicht. Shit, hätte man die vielleicht da verwenden können. Okay, das war jetzt unheimlich. Das war jetzt uncool. Mir läuft es gerade eiskalt über den Rücken. Ja, mein Verstand nimmt rapide ab. Das könnte man hoffentlich da ein Licht klären. Wir haben da noch Tabletten. Vor allem... Mal sehen, ob sich der Kampus auch irgendwann einmal beruhigt. Unser Verstand tut es jedenfalls nicht. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Immer in Bewegung bleiben. Oh, ich werde mit euch, wir werden da mit der Brechstange... Moment mal, der Lagerraum ist ja da irgendwo in der Nähe. Das da ist der Lagerraum, oder? Nein, komm nicht. Sie wurscht, sie erwischt uns gleich. Ich stehe im Licht, ich stehe im Licht, ich stehe im Licht. Du kannst mir genau gar nichts. Oder auch doch. Ja, du bist ja durch die Waren durch. Ja, alles ist super, ne? So, mal nachsehen. Ich weiß es nicht, ob wir die Tür nicht vielleicht mit der Brechstange öffnen können. So, wir werden mal... Scheiße, da haben wir den blöden Dings schon. Den blöden Kampus. Ich versuch's mal ohne Licht. Ich bin ja froh, dass wir zumindest äh... Leitern steigen können. Obwohl unsere Hände so überfüllt sind und wir ja gar nicht. Ich meine, wir sind irgendwie... Org bewegungseingeschränkt. Nein, vergesst das. Ohne Licht komme ich überhaupt nirgends hin. Niente, nada. War das da? Nicht wirklich. Ich brauche Licht, das geht nicht. Und mit beiden in der Hand... Oh! Licht. Mit beiden Dingses in der Hand komme ich nicht weit. Und dann haben wir wieder das gleiche Problem. Wo ging's hoch? Da war die Tür. Vielleicht können wir die wirklich mit der... Brechstange öffnen. Vermeide es zu lange mehr. Fuck you. Nein, schade. Schade! Einfach in Bewegung bleiben. Laufen, laufen, laufen... Warte mal, Spiele. Psst. Wo kann man denn da hin? Achso, das war das mit Jesus. Das macht uns jetzt auch nicht glücklich, aber wir... Haha! Unsere Insanity ist wieder normal. Wir können sie da zumindest ablenken. So, ich hätte aber echt gern... Das geht doch eh... Das ging beim letzten Mal nicht, hohes Gericht. So. Das ging nicht... Ich konnte nicht wechseln. Naja gut, egal. Jetzt konnte ich wechseln. Aber ich weiß nicht, was wir tun wollen... müssen sollen. Wir haben ein Brecheisen. Kinderzimmer. The same old story. How to get up. Ich weiß nicht, ob das auch so ein Spiel gewesen wäre, den wir kaputt schlagen können. Man weiß es nicht so genau. War dann nicht das Comic, kurz bevor es uns zerstört hat? Ist eh wurscht. Und das finde ich halt... Ah, das wollte ich ausprobieren, ob wir damit... Der Kompass ist jetzt im Lager... Warum ist der im Lagerraum verstaut? Der war immer im Inventar. Scheißspiel, echt. Also, Steuerung, nicht Spiel. Du kannst ihn ja nicht verwenden. Okay, dann hätten wir das auch geklärt. Ich bin schon so pisst, was das betrifft. Ich möchte es gar nicht schönreden. Da gibt es auch nichts zum Schönreden. Da gibt es nichts zum Schönreden. So, da oben. Wo, 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 wo? Kann ich eigentlich davonlaufen von hier? Ich glaube nicht, haben wir schon mal bewiesen, aber... Egal. Es ändert nichts. Ich habe irgendwie... Ich brauche eine Aufnahmepause. Ich habe irgendwie keine Lust mehr. Die Steuerung, das Inventar, es macht mich einfach nur fertig. So, durchschnaufen. Moment. Vielleicht hilft uns der Kompos ja da heraußen. Den wir ja noch im Inventar hatten und plötzlich ist er im Lagerraum verstaut. Also, besuchen, suchen wir den Lagerraum. So, ich bleibe da bei meiner halbnackten Freundin ohne Kopf und Arme und Beine. Hey, Tabletten. Gut. Der Lagerraum müsste ja einer von denen da sein, oder? Nein, das ist Badezimmer. Wie da drin einfach das Licht nicht leuchtet, ha? So, da können wir uns wieder resetten. Oder auch nicht, das ging beim letzten Mal schneller. Na gut, wir sind halbwegs wieder fit. Und fällt euch was auf? Ich mein... Ja, höchst... Ah, da ist der Lagerraum. Es liegt nur noch alles Wichtiges. Unser Hammer und der Kompos. Eifer Heideheimer. Okay, das ist also der Lagerraum der Ominöse. Sie wurscht. Sie erwischt uns gleich. Aber dann mach ich ihn. Dann mein... Ich krieg die Tür nicht auf. Dann mach ich ihn Aufnahmestopp. Weil irgendwie... Es ist schon etwas mühsam. Und ich verirre mich ja ständig. Ich bin halt... Komplette Flasche. Ja, die erwischt uns jedes Mal, wenn wir uns das Comic schnappen. Ähm... Ich sag euch was. Ich hab heute jetzt grad aktuell echt keinen Bock weiter aufzunehmen. Ich hab mich eigentlich gefreut drauf. Aber ich hab im Moment... Ich hab die Ruhe nicht für die Inventarsteuerung. Und... Ich find auch nicht hoch. Ich bin heute nicht mein Tag. Aus dem Sinn... Tage fürs Zusehen. Ich hoffe beim nächsten Mal geht's besser. Jetzt im Moment frustriert mich das Spiel einfach nur.